Hi Leute und Willkommen zu der Neufrage MyCraftEtherSky Willkommen zu der Neufrage MyCraftEtherSky und hier ist wieder eine Player Ja Leute, ich habe ein bisschen Offscreen hier so weiter gebaut und ich habe gemerkt, dass hier immer Monsters wohnen in der Nacht Und ja, unser Schlafzimmer ist schon noch im zweiten Stock und in dieser Folge plane ich eine Treppe nach oben hinzubauen Ja, also Leute, ich muss euch noch was ein bisschen erzählen, was so denn eigentlich passiert ist in letzter Zeit Also, erstmals, warum keine Videos kommen, Leute? Also, merkt euch nur dies, okay? Ich konnte keine Videos aufnehmen und hochladen, okay? Das waren die Probleme Äh, ja, also deswegen konnten wir in letzter Zeit keine Videos kommen Und, ähm, ich zeig euch schon mal gleich den neuen Uploadplan Also, ähm, Montag kommt MyCraftEtherSky am Dienstag Wie heute zum Beispiel Mario & Sonic die Olympischen Spiele Also, ja, also wenn ich mit heute meine, das Video kommt ja erst am Dienstag Deswegen, weil es am Montag nicht geklappt hat Also, deswegen kein Wunder, falls ich heute sage So Also, Mario & Sonic die Olympischen Spiele 2012 Auf Wii Dann auf eine andere Konsole gibt sie nicht Und das ist unser, ähm, Waffenraum und so Hier ist das da und dort hinten sollten dann unser Enchanting Raum sein, habe ich geplant Ja Ähm, das da brauche ich nicht Ich tue mal das weg Wir brauchen mehr Fackeln So Ich habe hier ein bisschen was gebraten gehabt Wow, ich auch ein bisschen was gebaut habe Ja, Leute, ähm, ihr habt vieles nicht gesehen, glaube ich Wir haben zwei Bogen Bögen? Bogen? 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 Fegen? Keine Ahnung, Leute Egal, ähm, ja Schreibt's mir doch bitte in die Kommentare Was ihr von Endersgeist Und so Ähm, ein paar Tipps wäre auch Ein paar Tipps Für Spiele, ähm, also Ein paar Tipps, die ihr mir vielleicht geben könntet Wäre auch cool Ja, und wie ihr die neue Serie, ähm, Ähm, Mario & Sonic die Olympischen Spiele haltet Schreibt's mir alles mal in die Kommentare Das lass uns erstmal weg hier Denn mehr brauchen wir eigentlich gar nicht heute, oder? Nein, zehn Stück müssen es sein Denn, heute habe ich was ziemlich großes vor, glaube ich Was ist ein Apfel? Apple? Apple! Are you a Apple? Hello? Apple? No, it's not a Apple Oh, schade, es ist doch kein Apfel Egal, wir lassen uns nicht ablenken Und machen sofort weiter mit der Hausbau Denn unser Haus ist immer noch nicht fertig hier So, so, so Mhm, der kommt dann eher so Äh, was? Ich dachte, ich hätte hier einen Creeper gesehen Und da ist die Treppe nach oben Falls ihr mich fragt, wo sie ist Jetzt habt ihr sie halt gesehen Ja, was braucht sie noch? So, diese Steaks hier Dann die Weizen-Sammlung hier rein Jetzt sagen Gut, aber was mach ich hier, ganz ehrlich? Ich schlammle Hm, die Frage ist nur, wie? Und wohin soll ich die Treppe bauen? Ah! Das ist ja meine Idee Hier, Treppen, Treppen und dann nach oben Ja, super Ja, super Ja, super Lass mal ein paar Treppen bauen Wow! Wir haben ja wieder mal eine Crafting Bunch Wir brauchen wirklich noch eine Crafting Bunch hier unten Ah! Hier, vielleicht eine Hinsetzen Weil, wer weiß Man kann sie ja immer gebrauchen Wie zum Beispiel jetzt Die sollten reichen Die sollten reichen Denke ich Oh, nein, die werden nicht reichen Was? Wie viele noch? Ähm, mal los Ähm, mal los Ähm, da hab ich ein bisschen die tun Also ein so Titel dazu Werden wir gleich noch alles anschauen Aber davor will ich noch etwas machen Denn ich will schon eine stylische Treppe haben Wir brauchen nochmal Hier Türe Ne, wir brauchen Druckplatten Und zwar zwei Stück So Dann Ähm 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 Was wollte ich jetzt noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen Ah, egal Machen wir jetzt mal die Treppe hier zu Ende LOL Big fail ever Yes Geht doch Und wenn man hier Warte mal Okay Mein Herz Ja Warte mal Kann ich einfach so runter gehen Und passiert doch sowieso nichts Gut Hier haben wir noch einen Ofen Äh Falls wir einen Wir brauchen Wohl den Ofen tue ich dort weg Sonst sieht es ein bisschen festig aus Hier so 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 Treppen brauchen wir erstmal nicht Mit So Nehmen wir die Druckplatten nach vorne und setzen sie hin So 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 Yay Wir werden bald auch ein bisschen erkunden hier Wir brauchen nur etwas Und das ist dann jetzt so dunkel Jetzt mal erzählen Jetzt mal erzählen Also ich bin mir irgendwie nicht sicher Tja Haben wir Haben wir Haben wir Machen wir Das sind die Fackeln Mh Mh So Keine Ahnung Die Fackeln und so Muss ich noch machen Leute Hier haben wir einfach nur die Sachen drin Wir haben schon ziemlich viel Leder muss ich sagen Kohle sind wir auch reich Und Eisen haben wir auch schon gut Also Elf Ich weiß nicht aber ein bisschen noch zu wenig Um Diamanten oder Gold zu haben So Ah ja Zehn Abonnenten Das wollte ich auch noch sagen Leute Also ich mache kein extra Video dafür Also ich bedanke mich einfach nur in den Videos dafür Also Ich bedanke mich jetzt für die Abonnenten Also Falls ihr dieses Video anschaut Ja Natürlich schaut ihr dieses Video an Aber Ja Die dieses Video anschauen Die sollen sich merken Dass ich nicht extra Videos mache für Specials Also Da bedanke ich mich einfach nur sehr Außer Ihr seid Nicole Außer ihr seid so cool Und schreibt mir die ganze Zeit so Kommentare und so Gescheite Kommentare Dann Weiß ich nicht ob ich vielleicht extra Video mache Könnte ich vielleicht sogar machen Falls ihr euch benehmt Ja Ich bin so wie ein Lea oder auch ein Spaß Nein Die Sonne geht schon wieder unter Das heißt Wir gehen ins Bettchen Und beenden die Folge Ja Wenn es immer Nacht wird Dann beenden wir die Folge Leute Nur so Wo Okay Wir binden einfach jetzt so die Folge Oder Nee So So Okay Warum nicht Dabei zeige ich euch noch was Hier sind die ganze Matte Okay Okay Warum nicht Die muss ich noch rausnehmen Das ist hier rein Wir haben schon 27 Stück Leute Ah Manchmal denke ich mir Warum bin ich überhaupt auf dieser Minecraft Welt Warum bin ich überhaupt auf dieser Minecraft Welt Wir können schon schlafen Nee Warten noch ein bisschen Dann können wir schlafen Und die Folge beenden So Es wird schon Nacht Wisst ihr was Ich tue schon mal ein bisschen Lehm da rein Damit wir Ziegel haben Leute Keine Ahnung warum ich Zegel mache Aber Zegel macht Spaß Also Leute Damit Ups Damit bedanke ich mich fürs zuschauen Hoffe dass es euch gefallen hat Lasst einen Daumen hoch da Abo wäre auch nice Vielen Dank fürs zuschauen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn es wieder ist Mit God Ander Sky